Hallo Freunde und willkommen zur zweiten Folge meiner Killer-gegen-Killer-Reihe. Heute habe ich Troaster gebeten, den Only Chainsaw-Bubba für uns zu spielen. Während ich als Bubba verkleidet als einziges Perk Deadheart mitnehme, hat Troaster Verblüffen dabei, um die Fenster zu blockieren. Wenn euch die Killer-gegen-Killer-Videos gefallen, helft dem Video mit einem Like und wenn ihr die erste Folge mit Steven als Hillbilly verpasst habt, findet ihr den Link in der Beschreibung. Danke Leute und viel Spaß mit dem Video. Euch das gute RNG hier. Okay, auf der Seite nicht, aber auf der Seite. Ja, guck mal, nice. Jetzt ist aber witzig, wie einfach wirklich jeder, auch ich, Schweinebaum sagt, aber das sind einfach Kürse, die da hängen. Aber man lernt irgendwie nicht draus. Das stimmt eigentlich, ne? Man lernt nie draus. Jeder sagt einfach Schweinebaum. Weil es keine Schweine sind. Das ist ja auch der Kuhstall, nicht der Schweinstall. Ja, ja. Oh mein Gott. Aber alle sagen immer, es sind Schweine. Okay, bist du bereit? Er nickt. Er nickt. Und hier habe ich keine Palette. Okay. Da habe ich eine Palette. Was ist die Mind Games? Was ist die Mind Games? Oha. Bist du Panic? Ich will Fastfood nicht bekommen. Ich will Fastfood nicht bekommen. Nein, 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 nein. Nein, als ob. Garne. Als ob. Ich glaube, du hättest nicht die Palette gezogen, hätte ich sie nicht bekommen. Wahrscheinlich. Das ist ja voll oft so. Weil es war gerade letzten Cooldown. Ja. Ja. Ich meine, wenn du dich hörst, zwar, aber... Boah, es war knapp. Ich dachte, ich bin schon weit genug weg, dass er nur zerstört. Ja, 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 ja. Nee. Der Donner ist noch kein guter Bubamain, scheinbar. Du bist noch nicht der perfekte Bubamain. Nee. Das für die Mind Games, okay, doch nicht. Na, ich habe kurz gecheckt, ob du jetzt an der Wand langläufst oder ob du echt weitergehst. Ich habe gelernt, gegen Troaster darf man diese Mind Games einfach nicht zulassen. Man muss einfach weiterlaufen, im Zweifel. Rästiger Mind Gamer. Nee, sonst wirst du, ohne Scheiß, sonst wirst du von dir einfach mindgamed. Aber gefährlich, gefährlich, gefährlich. Nee, ich waste die einfach alle hier. Ich will nicht sterben. Nein, ich habe aus Versehen gedeathardet. Oh mein Gott, ich bin einfach aus Versehen draufgekommen. Nein. Okay, gibst mir, Bubamain, gibst mir. Jawoll. So, nimm. Nimm, 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 nimm. Nimm, nimm. Ja, gegen dich muss ich extrem vorsichtig spielen. Ja. Ja, bist du bereit? Ja, ja, ja. Ja. Ja, das ist die Mind Games. Das reicht nicht. Ich bin extra zurückgekommen, hat ein Lag. Damn. Da ist das Spiel weiter reingerannt. Na komm, Bubamain. Wo ist dein Bruder? Ja. Ja. Kleiner Bruder will spielen. Nein. Oh, du hattest mich, du hattest mich. Eilige Säge. Verdammt. Komm, komm, bleib hängen, bleib hängen, bleib hängen. Nee, wenn nicht. Jetzt sind es wirklich echt hängen geblieben. Jetzt hast du mich. Oh. Ich wollte extra die Verletze zerstören. Mein Bubam. Aus deiner Power. Ich schwitze gerade, Troster. Wobei, du darfst jetzt nicht nachlassen. Ich weiß. Ja, das macht doch richtig. Lass mich in Ruhe. Oh, mein Gott. Damn. Okay, das war nicht schlecht. Das ist das Timing, großer Bruder. Das ist das Timing. Ja. Ich dachte, du expectst mich zurückzulaufen. Ja. Okay, es wird knapp. Wird knapp, wird knapp, wird knapp. Es ist das Palettenparadies. Joe ist da. Es ist das Palettenparadies. Es ist das Palettenhorrorparadies hier. Einmal T-Baggen. T-Baggen? Was? Das kann nicht sein. Kleiner Bruder, ich glaube, du spinnst wohl. Okay, das kann man nicht mit dir machen. Ich habe das so gehört. Ja, kleiner Bruder, ich bin ganz toktisch geboren, mein Freund. Oh, mein Gott. Da finde ich alles gut. Are you ready? Oh, mein Gott. Okay, ich habe, ehrlich gesagt, gedacht, dass du vielleicht stehen bleibst. Oder, nee, nicht stehen bleibst, aber. Oh. 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 Ich habe gedacht, ich habe mich vermoved. Ich habe gedacht, es ist ja gelaufen. Oh. Ja, ja, die muss ich werfen. Da gibt es... Kann mir ja mal ein Mindgamer sind. Kein... Oh, okay. War es ein Doppel... War es nicht? Okay. Ich habe kurz gedacht, dass du vielleicht wieder zurückgehst. Wollte ich erst noch, Alter. Vielleicht denkt er das ja auch. Ohne Scheiß. Ich habe so Schiss, ne? Ich mache mir so in die Hosen. Nein, da ist er schon wieder. Ja. Oh nein. So. Der Moris habe ich in einem Jahr noch nicht mal gemacht. Nee. Nee. Weiß ich nie Moris. Ich wollte dich gerade direkt jagen, der mir so hält. Ich will doch gar nicht los. Ich will nicht im Cup-Game. Mindset. Haben wir da eine... Haben wir nicht. Okay, okay. Ich werfe direkt. Okay. Oh, los geht's. Hm. Habt ihr Distanz? Das geht eigentlich. Hm. Das stimmt. Echt? Stimmt. Das war schon? Komm, ich erreiche die Palette. Oh mein Gott. Ich habe echt gedacht, das reicht doch gar nicht zum Reinbumpen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich nicht die, die du wollten würdest. Äh, okay. Kannst du den Palette hier wegmachen nebenbei. Oh mein Gott. Alles hat seinen Zweck. Wusstest du da stehen bleiben? Wusstest du, dass ich stehen bleibe? Also wirklich nicht, also wirklich nicht. Okay. Okay. Ich will nur mit Boba, nur mit Boba, nur mit Säge und diesen Add-On spielen und Bambuse. Ja. Nein. Das reicht nicht. Uff. Uff. Fehlt der Charge. Nicht genug Charges dabei. Ja. Ja. Oh, ich habe keinen Dead-Hard mehr. Keine Paletten. Ja. Tschüssi. Baba. Schön zerteilen. Genau. Für die Metzgerei. Großer Bruder, dann gehen Sie wieder auf die andere Seite. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, ich bin bereit. Ja, auch. Dann gehen Sie weiter. Vielen Dank.